okay also gut dann schauen wir uns hier mal um hier ist noch mal ein fahrstuhl den können wir wahrscheinlich dann auch nicht benutzen seiten wir nach seagen sonetics da waren wir gewesen karte gucken ich habe auf der karte steht nichts drin hier haben wir schon alles durchgelesen haben wir schon alles abgegrast ich glaube kann ich hier drunter tatsache ja das ist so ein super das ist so ein super punkt denn wer hätte das gedacht wir machen jetzt mal eine pause denn wir haben wir schon zehn nach neun haben wir schon mittlerweile und wir haben noch keine pause gemacht noch keiner hatte gefragt aber wir machen jetzt eine pause pp-pupu pause raucherpause chips holt pause wie auch immer wir es nennen möchtet und dann sehen wir uns gleich wieder und an der stelle spielen wir gleich spannend weiter und dann schauen wir mal ich hoffe ich finde den ausgang guck mal bis gleich ja hallo erstmal jetzt nicht erschrecken ja nicht dass ihr jetzt euch wundert der ist gar nicht im bild ja ich möchte mal eben kurz mir die zuschauerliste anschauen und mal jeden begrüßen hier da hätten wir einmal den eden croft der bad boy altonek ist da der cool man 1976 der crafe 25 dark perfektions ist da der dietrich oder die dir ich dir ich ist da der diesen hätten sims erikansons ist auch wieder da fallo 71 19 fritz biebe 83 ist auch da ich grüße dich und schöner name fritz bike ist da die können 007 alex x fleiß oder vieles ist da jetzt du spinnst du spinnst ja man hat aber alle tolle namen james braun ist back james braun ist back klang gaspar 86 louis young 0 209 will was will heiß will nice 19 85 ich hoffe ich hab's richtig ausgesprochen ich hoffe mal mit brain 87 gt nh diabolo paolo king paolo king raya 1606 rixi ist da rockländer ist da ronald 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 jahr ronald jahr ist auch ein schöner nahrer ronald jahr ist da space invader 100 ist da stargate kill me ist da super rambo 51 t taucher t taucher ist da wenn kamen bank man die bank man 1979 ist da will ich ja jung ist da vladibos ist da xx amit 1905 xx ist auch da ich begrüße euch alle herzlich zur let's play live show jetzt werden natürlich allerdings wahrscheinlich schon wieder gegangen sein ja hallöchen so dann schauen wir mal da bin ich wieder so das alien war ja mittlerweile wahrscheinlich schon da gewesen hat schon mal geschnüffelt an meine füße hat gesagt der käse füße käse quanten so dann geht es jetzt weiter ricardo ist beim kommunikationszentrum soll im nordosten sein ja super wo ist denn hier der nordosten kann ich dein sender irgendwie speichern wenn dann nur auf ich also wenn ich das jetzt heute wenn ich das heute richtig gesehen habe steht uns steht uns playstation besitzern ja das neue update bevor es kann nicht mehr lange dauern die 2.0 und wenn ich das richtig gesehen habe ist es eine tolle share funktion also eine tolle funktion für die für die für die share option denn dann geht endlich wenn ich das richtig gesehen habe kann man auf der playstation endlich seine channels favorisieren also das heißt man könnte dann nämlich dann sagen ich würde gerne hier den channel von reflex abonnieren oder oder verloren und dann hat man vielleicht seine favoritenliste wo die channels dann offline sind wenn sie offline sind also wenn ich das richtig gesehen habe ich bin aber dann nicht ganz sicher ja wird jetzt da nicht zu viel versprechen auf jeden fall kommen sehr sehr viele features so bin wieder da ja willkommen zurück starbos maker tja wir müssen mal gucken wir können auch hier mit den links fahren wo kommen wir denn hierhin stations tower energie deck was hatte gerade dings gesagt gehabt ich weiß nicht wo ich hin muss was was war das denn was war das denn das hörte sich an wie das merkel was habt ihr das gerade auch gehört so dass alien ja noch nie das merkel kommt das merkel jetzt gerade lorenz analytics 4 wo muss ich denn ich träume auf das knöpfchen hallo kiff 71 47 ja ich hoffe dass es richtig bin mir gar nicht sicher ob das ich bin mir gar nicht sicher ob das richtig ist da den den zug jetzt zu nehmen und geht es in dem spiel ähm hast du die alien filme gesehen wenn nein guck dir erstmal die alien filme an weil das spiel spielt zwischen teil 1 und teil 2 und du solltest auf jeden fall bevor du dich da informiert weil wenn ich dir jetzt die geschichte erzähle würdest du das wort nicht verstehen zu lorenz analytics turm könnte natürlich hinkommen tja ich werde es mal machen wie im bus an der schlaufe die kommando war im lorenz tower ja dann bin ich ja jetzt richtig wenn ich das richtig gesehen habe ähm hab das spiel schon platin und wie lange hast du gespielt höh immer diese trophäenjäger hihihi ich meine ich hab ja nichts gegen die sollen sie machen mein gott ich stell mir gerade vor die playstation 5 ohne trophäen die ganze trophäenjunkie so mein leben hat keinen sinn ich koch mir keine koch mir lieber eine xbox ähm aah schau mal eine an wir haben ein neues ziel finden sie einen shuttle in den san christobal notfallshuttle wird trothäen sind das geilste äh ich habe immer noch keinen höh oh da ist ein speicherpunkt den hätte ich jetzt meiner übersehen höhö so erstmal speichern so wir sind schon mal auf dem richtigen weg aber tja die frage ist wo müssen wir ja ah ok wir sind da lang gehen wir mal durch den schacht und schauen wir mal wo wir hinkommen wir waren ja hier schon mal gewesen ich entsinne mich das ist glaube ich eine woche her wo wir hier waren ja ich glaube schon eine woche oh mein gott ich spiel schon wieder fast eine stunde jetzt ja ist jetzt genau auf dem punkt genau eine stunde würde ich mal sagen und immer noch nicht durch na super na toll und ich kriege aber motion tracker nichts angezeigt da oben müssen wir hin das heißt rechts rum dann links und dann wieder links ok dann schauen wir mal aber bitte ohne alien bitte bin ein mädchen oh ok warum geht hier kein licht an ist doch glaube ich besser so was kein licht angeht kann ich das alien nicht sehen oder das alien sieht mich nicht was geh weg ich bin ja schon mal froh dass wir die androiden vom hals haben dass uns was ist denn das immer dankeschön für die werbung da ist auch ein speicherpunkt ich habe ihn gerade gesehen aber den lasse ich jetzt einfach mal links liegen ähm jetzt war das links und dann wieder links ne was nein ach der Affe den habe ich ja ganz vergessen stimmt ja der ist ja auch noch hier ja richtig ich vergaß ich vergaß der ist ja auch noch hier nein können wir nicht andersrum gehen fuck wir müssen an dem vorbei scheiße Aua wie der will er mich verarschen wieso tritt der mich geh weg ja rendert unfälle zufolge du Birne oh hier können wir eine karte mitnehmen wenn wir mal eben machen dann haben wir sie du wirst mich gar nicht einfangen du rennt ja sowieso nicht ne ne gott sei dank wir müssen glaube ich jetzt die nächste links abbiegen huhuhuhuhu huu huuhuhu'u huhuhu huuuuhu huu huu huuhuh ich glaube hier ist es ne oder? Ich meine, oh hier ist noch ne Karte So viele Karten Ah hier, stimmt, ja hier waren wir ja Aber ist sowas möglich? Dieser dämliche Android fängt mich an zu treten Hä? Was? Ich hab voll das Déjà-vu gerade Hä? Hä? Äh Hä? Hä? Äh, äh, hä? Bin ich jetzt ganz doof oder was? Ich hab jetzt voll das Déjà-vu Hä? Wieso müssen wir denn jetzt Scheiße 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 Hä? Äh, habt ihr nicht auch gerade voll das Déjà-vu? Also Wir waren ja hier schon Wir haben ja hier schon alles Ich verstehe das irgendwie gerade alles nicht Dieses Update für unseren Für unser Gerät hatten wir ja schon gesammelt Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Bug, das hatten wir doch schon Hä? Das Spiel ist glaube ich vollkommen durcheinander jetzt gerade Kann das sein? Gamer 944 Wo ist das Alien hin? Oh Hehehehe Hehehehe Es gibt, äh, das möchte ich nicht verraten, ob es mehrere gibt Ich war hier schon Das dome Spielat Ist ein Mä Ich glaube ich werde es nochmal laden Ja, ich möchte nochmal laden Mein Gott Ähm Ich möchte nicht zu viel verraten, wie viele Alien es gibt Ob es mehrere gibt, ob es nur eins gibt Also, ähm Da möchte ich jetzt nicht viel verraten So, jetzt schaue ich mal auf die Karte Was zeige ich mir da spielen? Aber das hatten wir doch schon Notfall Hä? Hä? Ich verstehe das Spiel nicht Was ist das denn für ein, für ein Das ist aber jetzt echt dämlich Also, wenn sich das Spiel jetzt aufgehangen hat Wäre natürlich blöd Weil dann würde ich nicht weiterkommen Weil wir hatten diese Mission mit dem Raumschiff schon gerade gehabt Vor Circa einer halben Stunde Hatten wir die schon gehabt, diese Mission Ich entsinne mich Ja, scheinen back zu sein Ja, super Wie kann ich den umgehen? Vorigen Speicherstand laden Hm Machen wir mal vorigen Speicherstand Jetzt bin ich auch wieder Mission 15 Verstehe ich gar nicht Gerade war ich 16 Jetzt bin ich 15 Hä? Okay Ganz komisch Hä? Habe ich schon Habe ich da jetzt davor geladen, aber Hä? Das ist immer noch hier Verstehe ich nicht Oder muss ich tatsächlich das Kapitel neu starten? Missionsspeicherstand laden Oh, wo bin ich denn dann? Brrrr Das wäre jetzt echt dämlich Ich werde nochmal versuchen, da hin zu kommen Um mal zu schauen, ob sich da was tut Aber wir haben das ja eigentlich Das wäre jetzt echt blöd Ja, willkommen zu Let's Play Live Show Auch an alle neuen Zuschauer Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt Let's Play Live Show Jeden Freitag, jeden Samstag Ab 20 Uhr Einschalten Oder einfach mal Werbung In den Chat reinschreiben Dann seht ihr auch meinen YouTube Channel Und wann die Let's Play Live Show Immer streamt Zur Not nochmal spielen Und hoffen, dass weg ist Was meinst du mit nochmal spielen? Ähm Den noch davor laden dann Ja, aber ich kann ja mehr nicht laden Ich kann ja nur Entweder aktuellen Davor- oder Missionsspeicherstand laden Wählen Sie einen zu ladenden Missionsspeicherstand Ja, toll, super 15 bin ich jetzt Die Nachricht Tja, mehr kann ich nicht machen Mission 15 Ich weiß aber nicht, welche Mission Ist Mission 15 Wie weit ist es denn weg Von Mission 15 Wo wäre ich denn dann da? Muss ich da wieder diese Kacke Mit den Androiden wieder machen? Die ich gestern hatte? Moment, wie hieß denn die davor? Der Abstieg Ne, der Abstieg war das Mit den Androiden Also habe ich Mission 15 Quasi heute neu angefangen Ach, wisst ihr was? Ich lade das einfach, ja Schauen wir mal, wo wir da hinkommen Weil es scheint ja ein Bug zu sein Dass diese Mission, die uns das Spiel jetzt angezeigt hatte Gerade die ganze Zeit Die habe ich schon gemacht Ich habe diese schon Diese Mission schon gemacht Das heißt, ich komme da gar nicht mehr hin Ich kann das Ziel gar nicht mehr abschließen Und gerade war ja Ich hatte kein Ziel angezeigt bekommen, ja Geh doch zurück in den Zug Ja, bringt mir ja nichts Weil das Spiel mir ja das Ziel anzeigt Wo ich hinmüsste Oder hinmuss Aber das funktioniert ja nicht Und das Spiel zeige ich mir auch dann Kein anderes Ziel dann mehr an Wo ich wirklich hinmüsste Deswegen lade ich das jetzt einfach mal Die Mission neu Und dann schauen wir mal Also, ich bin bei Mission Jetzt war das jetzt, ne Oder 15 Du musst das Shuttle nochmal machen Ja, super Der hat das Ende von 15 nicht abgespeichert So ein Mist aber auch Das heißt, wir müssen die Shuttle-Mission nochmal machen Die war jetzt nicht allzu schwer Die war ja nur mit dem Reaktor abstellen Und dann rausrennen Aber komisch auch mit dem Ladebildschirm Vorhin, dass ich in diesen Fahrstuhl eingestiegen bin Und dann Ladebildschirm kommt Und der Fahrstuhl mich aber nicht nach unten bringt Sondern auf dieselbe Etage wieder rauswirft Das war auch sehr, sehr merkwürdig gewesen Naja, momentan Mein Gott, seid ihr denn wahnsinnig? 102 Zuschauer Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid Bei der Let's Play Live Show Vielen Dank an diesem schönen Samstagabend Tja, Let's Play Live Show Freitag, Samstag, 20 Uhr immer einschalten Und YouTube-Channel ReflexGR Könnt auch gerne Werbung reinschreiben in den Chat Da seht ihr alles Ja, Let's Play Live Show Wir gehen im Februar Wie ich schon sagte Auf das Einjährige zu Ich bin in der Krankenstation Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät Apollo hat sich von der Reaktorsalbrung erholt Und externe Kommunikationswege erneut gesperrt Verdammt Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, Rip Bevor ich los bin Haben die Systeme ein sich nählendes Schiff angezeigt Ich glaube, das ist die Anisidora Malo hat es geschafft, die Autopilotenkost zu senden Während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren Wir müssen zu dem Schiff Dokt ist an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition Gehen Sie Richtung Ambulanzanlegestation 102, dann kann ich ergehen? 102, dann kann ich ergehen? Was? Wie? Wie gehen? Ähm, so Jetzt müssen wir mal gucken Ähm Ja, da müssen wir hin Wie 102, dann kann ich ergehen? Hä? Ja, dann hoffen wir mal, dass Das Spiel uns diesmal es erlaubt, es durchzuspielen Oder beziehungsweise, dass wir weiterkommen Denn Ich möchte ja doch schon, dass wir Haben wir irgendwas zum Bauen? Oh, so viele Sachen wieder, die wir einsetzen können Ich möchte hier auch nicht zu lange stehen bleiben Oh 102 Zuschauer, ja? Ein Jahr Flexi, das muss gefeiert werden Auf jeden Fall Ja, 102 Zuschauer waren es gewesen Gerade Warum? Ist das so schlimm? Mein Gott, ich hatte ja auch schon mal 200 Aber Ich freue mich halt über jeden Einzelnen, der da ist Der auch mal länger als wie nur 2 Sekunden in den Stream reinschaut Oder 5 Minuten Und ähm Ich freue mich natürlich, dass ich euch damit ein bisschen begeistern kann Hier so ein bisschen Euch unterhalte damit Ihr sitzt wahrscheinlich, du da oben Oder ihr beiden sitzt da wahrscheinlich Gerade schön auf der Couch Knabbert da eure Chips Trinkt eure Cola oder was auch immer Und schaut mir zu Und habt dabei Spaß Das freut mich doch Ich unterhalte gerne die Leute Das habe ich schon immer gut gekonnt Und habe es immer gerne gemacht Ähm Was benutzt du für ein Headset? Das Turtle Beach PX22 benutze ich Hä? Das Spiel ist voll verbuggt gerade Das gibt's doch nicht Das Spiel ist verbuggt Das Mich hat ein ganzes Das ganze Spiel ist verbuggt Nein Nein Jetzt sag mir nicht Ich darf das ganze Spiel nochmal von vorne spielen Nein Nein Das ganze Spiel ist verbuggt gerade Nein Das glaube ich jetzt nicht Ja die große Bugrunde jetzt hier Bei Alien Isolation Let's Play Live Show Das gibt es doch gar nicht Boah jetzt brauche ich eine Kippe Nein Natürlich nicht Ähm Das Ähm Äh 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 Run Nein Not run The game is Bug The game is finished Is tilt Is destroyed The game is destroyed Ähm I Don't Ja I came Not to the finish Now Tja Das Spiel ist verbuggt Denn Ihr seht ich bin in den Fahrstuhl gefahren Also ihr seht jetzt links da diesen gelben Pfeil Auf der Karte Ja diesen Das ist der Fahrstuhl Ich sollte ja zur Krankenstation jetzt runter Und um da wieder zu dem Shuttle zu kommen So jetzt bin ich gerade runter gefahren So der Ladebildschirm hat mich aber wieder hochgebracht Das heißt also das Spiel hat mich wieder hingebracht Zu der Station wo ich gerade eingestiegen bin Und das Ziel ist auch weg Ja Ähm Starte das Das Game komplett neu Ja Ich werde es mal tun Ich werde mal Komplett zum Hauptmenü werde ich mal gehen Tja Shownator Du hast mal wieder Jede Menge zu tun Ja Bye bye Fox Ähm Tja das ist natürlich jetzt echt Bescheuert Das habe ich auch noch nie gesehen Das ist ein Spiel komplett verbuggt Dass das Spiel einem wieder dahin setzt Wo man eingestiegen ist in einem Fahrstuhl Ist auch cool Äh So Gut das komplette Spiel kann ich jetzt nicht neu starten Also ich kann jetzt nicht ähm Die Disc rausnehmen Oder komplett runterfahren Weil dann ist der Stream weg Und wenn ich den Stream beende Dann dauert es wieder bis er wieder hochgefahren ist Ich müsste die Konsole müsste ich aber neu starten Damit der komplett getilgt wird Aus Twitch Äh Der vom Server Weil wenn ich nämlich äh ähm Kurz das Spiel nur ausmache Wieder anmache Den Alter was Das Spiel ist vollkommen Banane Was ist denn los Ähm Bin ich jetzt Also jetzt mal ganz ehrlich Ihr habt gerade gesehen Ich hab auf Hauptmenü gedrückt Ja Zurück ins Hauptmenü Ich glaube nicht Dass das Hauptmenü so aussah Ich kann mich nicht entsinnen Am Anfang des Spiels Ich äh Ich äh Was ist denn mit dem Spiel los Ich hab auch gar keine Anzeigen mehr Nichts Ey das gibt's doch nicht Alter Ich hab auf Hauptmenü gedrückt Und komme zurück ins Spiel Das Spiel will mich nicht gehen lassen Glaube ich Ich glaub das Spiel Ich glaub das Spiel möchte mich nicht gehen lassen Ja Verlassen Zum Hauptmenü Wollen sie das Spiel wirklich verlassen Und zum Hauptmenü zurückkehren Ursprünglicher Speicherfortschritt Geht verloren Ja So Ihr habt's gesehen Ja Interaktives Hauptmenü Ja Das wär mal richtig cool Also wenn er mich jetzt zurückschickt Ähm Ins Spiel Dann ist das Spiel Fratze Also zumindest Für den jetzigen Moment Das heißt ich muss gleich den Stream dann leider